Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Nach dem großen Umbruch letzten Sommer ist vor dem nächsten Umbruch im nächsten Sommer. So verkürzt lässt sich die Kader-Gesamtsituation bei Schalke 04 auf den Punkt bringen. Denn nach derzeitigen Stand laufen zwölf Verträge einfach mal auf einen Schlag aus. Neben Ersatz-Torbert Michael Langer zählt nur einer zum aktuellen Kader, der schon in der Vergangenheit bei Schalke war. Und dessen Vertrag nun also ganz normal nach der ein-zwei-malten Laufzeit endet. Und zwar der von Salif Sané. Der einen 31-Jährigen auf Schalke einen gut dotierten Vier-Jahres-Vertrag unterzeichnet, der nun also im Sommer auch ausläuft. Ob der variable Defensivspieler bei den Gelsen-Gegnern bleibt, hängt zum einen davon ab, ob der Aufstieg gelingt. Und zum anderen davon, ob sich der Senegalese mit S04 auf eine deutliche Reduktion seiner Bezüge einigen könnte. Plus natürlich auch logischerweise seinen verletzten Zustand. Neben Sanés-Vertrag laufen aber eben auch die Arbeitspapiere von Martin Freisel, Michael Langer, Ko Itakura, Andreas Windheim, Thomas Ovian, Dako Schulinov, Jaroslav Mikhailov, Marc Schatkowski, Rodrigo Salazar, Simon Tirode und Marvin Piringer aus. Und das ist natürlich schon wirklich der Wahnsinn, weil man da auch eine gewisse Mischung hat aus Spielern, die vielleicht keine große Rolle spielen. Aus Spielern, die man vielleicht gar nicht halten kann. Aber eben auch aus Spielern, die man unbedingt behalten möchte. Und deswegen wird der nächste Sommer für Ruben Schröder erneut extrem anstrengend. Und was auch klar ist, es hängt einfach auch viel von der künftigen Liga-Zugehörigkeit der Knappen ab. Zum Beispiel Ko Itakura ist womöglich als zweitiges kaum zu halten, kaum zu finanzieren. Thomas Ovian könnte man als zweitiges vielleicht fesserpflichtend, dann aber auch weiterverkaufen. Rodrigo Salazar und Marvin Piringer bleiben wohl Liga-unabhängig. Simon Tirode scheint auch noch eine weitere Zukunft auf Schalke zu haben. Andreas Windheim, wenn er so weitermacht, womöglich auch Liga-unabhängig mit einem möglichen Verbleib auf Schalke. Ich bin sehr gespannt, wie es mit unseren Keepern weitergeht. Martin Freisel und Michael Langer. Bei Langer bin ich sehr gespannt. Ich finde, er passt wunderbar zu der Mannschaft. Ist ein ganz, ganz wichtiger Teil als Typ. Aber immer auch als dritter Keeper, ein sicherer Rückhalt, wenn mal irgendwas passiert bei den anderen. Bei Martin Freisel ist eigentlich die Sache klar, er ist unsere Nummer 1. Deswegen müsste da eigentlich ein neuer Vertrag her. Und bei allen anderen, wie Sholinov, Mikhailov, Schatkowski, sieht es wohl eher nach einem Abschied im Sommer aus. Ich bin echt gespannt, wie im nächsten Sommer die Transfergeschäfte so laufen. Eure Meinung zu diesen zwölf Auslauf- und Verträgen? Gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf, Annalis Schalker.